Ich bin der Andreas Jackele aus dem Allgäu. Mein Ziel war es, einen Handyadapter für alle Smartphones der Welt zu entwickeln, egal ob über Spektiv oder über das Fanglas, einfachst, simpelst und hoch funktionell. Das Smartphone lässt sich in meinem Adapter über eine Schraube, die was über einen Exzenter das Smartphone perfekt positioniert und hält. Meine entwickelte Rotpunkt Visierung ist ein Garant für schnelles Finden bei maximaler Vergrößerung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.